Ja, haben wir. Leute, jetzt wird's ernst. Wir sind so knapp an der... Äh... Z... Uhre... Verzweiflung... Spricht gerade aus mir. Also wenn ich jetzt eine große Zahl wirfe, dann hast du verloren. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich das noch runterkriege, ey. Ja, das stimmt, das stimmt. Ah, es ist ein... Oh, 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 perfekt, oder? 27, warte, das sind... 27 sind 284, sind 304. Neeein... Willst du noch eine letzten Roll? Ja, komm, ich geb dir die Chance. Wenn du glaubst, du kannst dich mit meinem Glück machen. Nein. Ich hab eh schon verloren. Jetzt hab ich die Zahl. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Ähm, das sind... 3, 6, jo. Aber... Gib mir nur 304. Ja... Ja, nehm da Geld. Seid zufrieden damit. Jetzt bin ich im Bankrott. Hey Leute, hat jemand von euch ne Arbeit für mich? Du kannst meinen Schaden machen. Boah, 200 Gold. Was soll ich hier eigentlich? Ich kill wieder mal Grundlos-Gegner. Immer diese Gewalt hier. Ernsthaft. Scheiß RTL-Typ, ey. Neee. PAM! Boss ist aktiviert. Kann ich das eigentlich immer... Boah, ist das geil. Boah, aber ich hau hier wirklich einen geilen Damage raus. Das muss ich mir wirklich sagen. Das gefällt mir. Also, die Monologie-Hexenmeister ist schon ziemlich cool. Vermutlich im High-End-Level-Bereich voll der Kack. Aber egal. Ich mach grad keinen Schaden, weil ich hier grad voll am Rechnen war, Mom. Und wie viel Gold hast du jetzt? 1089. Nach unten, wir müssen nach unten. Ah ja, hier. Hier ist das Werkzeug. Kacke, ich hab gar keine... Ah ne, die haben wir noch nicht gemacht. Und wie viel Gold hast du jetzt? Das will ich jetzt nicht sagen, so. 180. Wer hätte es 500 spielen sollen? Boah, ja. Aber ich sag ja, du kannst mein Glück nicht besiegen, vergiss es. Wenn spiel ich mich nach so ins Bankrott, dann muss ich Insolvenz an meinem Hexenmeister anmelden. Dann muss ich den Charakter löschen. Ja. Du kannst gegen mein Glück nicht gewinnen, das kannst du vergessen. Aber weißt du was, ich kann mir dadurch ja Epik Fliegen holen. Ich bin schneller als du. Ich bin schneller vor Ort, mal sehen wir dann wie mehr Schaden macht. Dann sende ich halt von der Kyria das ganze Geld hier. Die Kyria, die ich 55 Level für dich gespielt habe. 56. Aber immerhin hab ich jetzt bei der 1200 Gold oder so. Da kann ich mir wenigstens mal mit einem von den Charakteren so Dings kaufen. Aber du hast eh deine Tankierers. Du hast deine... Ich hab meine Main-Charts, ja. Ja genau, also du musst eh keine Geldsagen machen. Also ich hab 10.000 mindestens. Boah. Das ist noch wenig, Alter. Man muss aber auch sagen, ich hab dir ein bisschen... Okay, am Ende war es dann doch nicht mehr so viel. Aber ein bisschen Gold hab ich da so mitten im Kataklysm drinnen schon erfarmt gehabt. Ja, das stimmt. Epix, die... Aber 10.000 Gold? Ne, so viel hab ich... So wenig hab ich nicht. Das ist zu wenig. Das glaub ich nicht mal, das ist so viel. Deine Rufelspiele. Ja, ich hab jetzt schon mehr tausend wieder. Hey, du sind Elite, lass mal pullen. Die sind BVB-markierte Idioten. Oh, scheiße. Ja, aber da ist jetzt ziemlich schnell gelegen, muss ich sagen. Ne, Elite? Wir machen so viel Schaden, ey. Wir müssen nach rechts, wo ist Gewürz? Wir müssen hier Gorlox töten. Oh, da ist noch was zum Looten für mich. Gewürze? Auf... Oh, Gewürze. Ey, und ich dachte, die Gegner sind neu. Aber die sind ja gar nicht neu. Ey, ich hab ja wirklich gar nichts gelootet wieder mal. Feier. So. Einfach noch Feier. Wenn ich jetzt den Autoloot nicht drinnen habe, warte mal, wo kann man das denn reinmachen überhaupt? Äh... Tja... Winterfels. Schnell plündern. Okay. Sicher. Ich dachte, echt, die Gegner sind neu, aber nee. Die gibt's jetzt auch auf den neuen Kontinent auf Pandaria. Leute. Das sind doch die Hasendinger hier, oder? Ich dachte, ernsthaft, die sind neu. Wusstest du nicht, dass die schon existiert haben? Mhm. Oh, ein Freund spielt auf Steam, ein Spiel. Ich hoffe, das wird jetzt nicht eingewendet, obwohl, wenn, dann wäre es gut. Woho. Ich glaube, wir sind fertig, oder? Oder hast du noch nicht, oder? Ich sehe brauner einen. Boah, da drüben, der ist fett. Ah, kein Brammer. Schade. Ich frage mich gerade, wie ich diese Hirne aktiviere. Das möchte ich gerne wissen. Wie sieht deine passiven Fähigkeiten durch? Äh... Ja, die zwei Seiten passiven Fähigkeiten. Ist doch nix, Mann. Stell dich so an. Mit was kann ich mir hier am meisten Dings erfarmen? Am meisten dämonische Kraft. Ich glaube, das ist, wenn ich meine Dings hier auflade. Wenn ich ganz viel habe, dann habe ich solche Hirne. Alter, ich kriege den letzten nicht. Du hast mein Loot-Glück übernommen. Totten, 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 Frösche Totten. Wenigstens habe ich meinen Würfel-Glück nicht bei dir getauscht. Stimmt. Also, Word ist alles okay. Weil schließlich musst du jetzt warten, ha! Wartest du auch mal? Ne? Ja, ja. Hast du ja noch nie gemacht. Ich bin noch immer äußerst, äußerst deprimiert wegen meinem schönen Gold. Vor allem, weil der eh genug hat. Die Welt ist so ungerecht. Tja, weil das ist das Problem, ne? Die Leute, die... Das ist purer Kapitalismus. Ich habe immer noch nicht alle. Hier fehlt immer noch einer. Was soll denn der Scheiß? Nein! Ich flieg dann mal hier cool im Kreis rum. Huiiii! Macht das! Hey, da kann ich einen looten! Wenn der jetzt das Ding genutzt, ne? Nein, gut! Oh, ich dachte schon! Hey, irgendwie haben wir ja wieder mal eine ganze Spezies ausgerottet. Da kann ich noch einen looten. Nein, 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 nein. Mikrofilmteile, wo soll ich die denn herbekommen? Ach, die Quest habe ich gerade noch gemacht, da müssen wir hier die Dings, die komischen Hunde da Köder, ich habe einen Köder In der Quest müssen wir gar nicht battlen, voll langweilig So, ich habe den jetzt neutralisiert, okay Genau So Ninja Loot Hä, hast du das jetzt looten können? Nö Boah, ich habe echt Ninja Loot, oh cool Ach, ich sollte nicht töten, genau Sorry, ich bin gerade so im Blutrausch Idiot, lol Ich brauche mehr dämonische Kraft Ich will den Balken jetzt mal ganz kurz voll machen, ich möchte da sehen, was so passiert Das wäre echt mal cool Nein, wieso geht das nur bei den Wölfen, ey, so scheiße Und pfff, Wirbelwindattacke Warte mal, wenn ich das jetzt, boah, ist das geil Wieso geht das nur bei den Wölfen, das ist doch blöd Irgendwie macht das voll keinen Schaden, aber irgendwie ist das cool So Warte mal, jetzt habe ich aber volle Ne, noch nicht ganz volle Jetzt habe ich volle Noch immer nicht volle Komm schon Ich habe volle, aber habe immer noch keine Hörner Verstehe es nicht Boah, aber ich leuchte so cool rot Aber ich muss sagen, diese dämonische Kraft, die ladet sich langsam auf Alter, das ist ziemlich verwirrend hier Wir sind gerade wieder getrennt Egal, so ein OP-Noob soll ich nicht Dämonengestalt, achso, ich sollte ja Quests, wo man keine Gewalt an Alter, die scheißen, ernsthaft Ey, hier ist ein Ram-Up Echt? Warte! Ich komme gleich zu dir Ich bin gleich da Nein, ich habe das falsche Mount Alter, Idiot, ich kriege 1000 Schaden Warte, 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 warte Ich lege einen Seelenstein auf dich In letzter Sekunde Ja, so wie bei mir Einmal, ne? Reingelegt Schön, dass wir jetzt wieder zusammen sind Lame Aber ich habe trotzdem auf dich gewartet Bevor ich ihn getötet habe Also Stimmt Dankeschön Ich übe mal hier wieder nutzlose Gewalt aus Vergiss dir aber nicht zu looten Vernichten Heute Dämonengestalt, die gefällt mir echt, die ist, die ist epic Früher konnte man die nur ganz speziell erringen Und heute hat sie jeder Arsch Beispielsweise Kasi Ihr hört, ich bin ein Arsch Ist doch alles für den Arsch, für den Arsch Und der Magier ist wie immer gleich geblieben Kennst du eigentlich schon Gamer Number One? Sag, sag mal kurz Gamer Number One Gamer Number One Gamer Number One? Ja! Jan Hegenberg Ah, ja, 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 klar Finishing, Killing Spree, Game Over, Headshot Ich bin in der Gamer Number One Ich lass dich mal hier in der Scheiße rumwühlen Voll eklig, ganz hart Die nächste Frage, die sich mir so offenbart Warum bin ich rot? Jetzt bin ich nicht mehr rot Dieser neue Hexenmeister, der ist wirklich ein zu verwirrend für mich Hey, der hat kein Fick nur doch da Es gibt so, es gibt so Wieso hat der nicht geschissen? Ah, doch da Gott, ey Okay Ja, erzähl, sorry Ähm, Dings, es gibt irgendeinen Hexenmeister-Spec, da wo so coole leuchtende Kugeln über einen fliegen Kannst du ja auch umskillen Die Frage ist, welcher der ist Vielleicht Zerstörung Ich mach mal ganz kurz Zerstörung rein Nur um's anzusehen Hallo, leuchtende Kugeln oder so Du sollst sie nicht töten, Mann Ich will aber Aha Okay, was fühl ich da auf? Wir sehen so gleich aus, das ist total scheiße Wenn ihr ver... Aha Okay Loops sehen alle gleich aus Ja, das ist wirklich Das ist der Beweis Ich muss mal ganz kurz Aha Mach du mal Wir kloppen uns doch eh um die Quest-Mobs Also von daher Mach du mal